Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe, euch eigentlich geht's gut. Und damit auch einen schönen zweiten Advent. Krass, wir haben schon den zweiten Advent, die Zeit geht rum, ey, ihr glaubt's gar nicht. Momentan traden wir bei ungefähr 16.900 US-Dollar. Wir hatten heute Nacht nochmal so einen kleinen, ich sag jetzt mal, minimalen Abverkauf, wirklich einen Abverkauf kann man das nicht nennen, wir sind bis auf 16.800 US-Dollar circa gekommen. Da hat sich bei den Altcoins deutlich mehr getan. Auch muss ich dazu sagen, ich hab ja gestern noch ein Setup in die Gruppe gepostet, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, okay, wir gehen durch diesen kleinen Abverkauf nochmal deutlich, deutlich tiefer. Auch aufgrund Ethereum schauen wir uns dann gleich alles an. Aber werde ich jetzt alles nochmal im Video auf jeden Fall genauer schildern. Bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne einen Kommentar unten drin lassen, welchen Altcoin-Wunsch ihr noch habt, weil es kommt ein Altcoin-Update-Video. Morgen früh werde ich das wahrscheinlich dann hochladen, einfach weil es sich nochmal gewünscht wurde und sehr, sehr viele nochmal gefragt haben, wo ist jetzt das Nachkauflevel und sowas. Das schauen wir uns alles morgen früh dann an. Und ja, wer noch nicht in der Telegram-Gruppe ist, kommt gerne rein, dann kriegt ihr kostenlose Signale und Sonstiges. Gut, damit genug Eigenwerbung. Momentan traden wir, wie gesagt, bei 16.900 US-Dollar. Wir hatten, wie gesagt, hier diesen kleinen Abverkauf in 16.850, also wirklich minimal. Ansonsten sehen wir weiterhin sehr, sehr wenig Bewegung. Wir schaffen es auf jeden Fall kein höheres Hoch auf Stundenbasis. Klar, wir haben diesen kleinen dynamischen Widerstand nach oben hindurchbrochen. Trotzdem auch hier wieder nur so ein ganz, ganz kleiner Wig. Also auch nichts Halbes und nichts Ganzes, was uns hier bevorsteht. Es ist weiterhin so, ich habe ja gestern gesagt, okay, das Pattern ist invalide, beziehungsweise das Trade-Signal bei 17.300 US-Dollar. Ich bin schon wieder überlegen, ob ich es wieder reinmache. Also momentan sind zwei Signale, sage ich mal, aktiv zu traden. Das ist einerseits hier oben der Short und andererseits der Long hier unten bei ungefähr 16.500 US-Dollar. Das sind die zwei Zonen, einerseits wegen dem Golden Pocket und hier oben eben wegen diesem Wig, der mit sehr, sehr viel Volumen gebildet wurde. Das sind weiterhin die zwei Dinger, die ich am meisten im Blick behalte und wo ich auch ganz ehrlich als Wahrscheinlichstes ansehe. Mehr gibt es, wie gesagt, bei Bitcoin momentan nicht zu sagen. Wir konsolidieren hier weiterhin um dieses Golden Pocket herum und hier oben diesen Daily Close bei ungefähr 17.200 US-Dollar haben wir auch noch nicht geschafft. Wird sich dann heute Nacht, denke ich mal, entscheidend, Daily und Weekly Close. Außerdem haben wir natürlich noch die ganzen Vektoren hier unten, die es abzuholen gilt normalerweise. Also es könnte noch ein interessanter Tag heute werden. Gut, dann Ethereum. Ethereum, muss ich sagen, habe ich ein bisschen verpennt gestern. Hier bin ich noch am Überlegen, hier einerseits dieses Signal hier unten zu geben mit Golden Pocket. Aber gestern Abend, weiß ich nicht, was mich da geritten hat, hätte ich eigentlich noch diesen Long hier noch reinmachen können. Und zwar Golden Pocket von dieser Aufwärtsbewegung bis hier hoch, sind wir genau ins Golden Pocket. Klar, wir sind noch minimal drunter, aber da hätten wir halt ein Stop-Loss ein bisschen angepasst. Aber wir sind hier genau ins Golden Pocket gekommen, hatten dann hier jetzt einen schönen Bounce, wobei halt fürs Wochenende hier sehr, sehr wenig Volumen ist. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Am Wochenende hat man nicht so viel Volumen, deswegen müssen wir uns damit zufrieden geben. Aber gut, müssen wir mal gucken, ob das jetzt wirklich schon ausreichend ist. Wer möglicherweise das getradet hat, macht einen Stop-Loss-Entry, das ist zu riskant. Und ansonsten hoffe ich hier weiterhin ganz ehrlich auf dieses Golden Pocket, erst hier unten in diesem Bereich, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, 1212 bis ungefähr 1206. Weil hier einfach noch dieser ganze Wig hier meines Erachtens zu füllen ist, den müssen wir uns auch noch holen. Klar, wir haben jetzt diese Hochs hier drüben nochmal getestet, die vorher Widerstand waren, jetzt nochmal als Support bestätigt. Aber trotzdem, dieser Vektor und auch hier unten diese Zonen, die sind einfach noch zu verlocken und da ist viel, viel zu viel Kaufvolumen noch drin, ohne dass wir uns die nicht holen sollten. Deswegen vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir den jetzt heute noch nicht mitgenommen haben. Dann lieber hoffen, dass wir uns hier oben bzw. hier unten dann das Golden Pocket mit dieser 1 Stunden bzw. 4 Stunden die Mahnzone noch irgendwie reinholen können. Gut, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Altcoin und zwar Polkadot. Polkadot muss ich auch sagen, auch nicht mehr auf den Schirm gehabt. Wir sind hier perfekt ins Golden Pocket reingekommen, haben so ein kleines Doppeltop gebildet, wäre eigentlich auch ein perfekter Short gewesen. Auch, wenn wir hier oben noch sehr, sehr viel Volumen drin haben. Also das muss man auch dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir uns einfach nochmal diesen Bereich hier holen. Und wir sind immer noch weiterhin in diesem riesigen Falling Wedge. Das sieht man hier ganz gut. Gut, wenn man auf dem Daily ist, natürlich nochmal ein bisschen besser, aber das schauen wir uns später noch im Altcoin-Update an. Kaufzone sind wir jetzt erst einmal ausgebrochen, das ist eigentlich ganz interessant. Und der Up-Trend ist, sag ich mal, wieder instande, auch wenn wir da kurz drunter waren. Aber es ist auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir sind im RSI, haben wir im 1-Stunden-Chart zumindest einen Bounce hier unten gesehen. Wir schauen nochmal ganz kurz auf den 4-Stunden-Chart, wie es danach ein bisschen aussieht. Da sieht man es nochmal viel, viel besser mit dem Golden Pocket hier eben. Für mich spricht ganz ehrlich mehr dafür, dass wir uns wirklich nochmal die Liquidität hier oben holen. Das heißt, so ein kleines Fake-Out wäre auf jeden Fall drin, hier oben nochmal aus diesem Falling Wedge auszubrechen bei 5,71. Und dann eben Richtung Doppeltop zu gehen und dann zumindest mal eine Korrektur in den 5,40 Dollar Bereich zu sehen. Wie gesagt, da unten haben wir auch noch so einen kleinen Wig. Mal gucken, ob wir den jemals noch füllen werden bei 5 Dollar. Das wird sich dann gesamtmarkttechnisch irgendwann zeigen, ob wir nochmal tiefer gehen. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir nochmal ein Lower Low sehen. Aber dazu vielleicht dann auch später nochmal ein bisschen mehr. Aber ansonsten das mal ein bisschen im Auge behalten. Dann habe ich es schon in der Gruppe erwähnt, weil es mich ein bisschen angekotzt hat, dass wieder, ich glaube, 2-3 Trades überhaupt nicht mitgenommen wurden aus dem Livestream. Hat den Aspekt, ich fasse die Trades natürlich nicht zusammen. Und das werde ich halt zukünftig machen. Ich werde Stift Papier hier dazulegen in jedem Livestream. Und ja, dann werde ich die Trades aufschreiben und dann abfotografieren oder nochmal schriftlich dann in die Gruppe reinhauen. Weil auch hier ist mir jetzt gerade aufgefallen, weil ich gerade die Analyse für CryptoGuru schreibe. Wir haben darüber gesprochen im Livestream. Hier diese zwei Hochs wurden mit sehr, sehr viel Volumen gebildet. Ich möchte ein höheres Hoch. Und das haben wir hier angedeutet im Livestream bis ungefähr 95 US-Dollar Cent. Genau dahin sind wir gekommen. Und dann eben dieser Abfahrtsfall. Und ihr könnt euch gerne den Livestream angucken. Ich habe das jetzt nicht nachträglich reingezeichnet. Das ist wirklich so aus dem Livestream. Gegenbewegung nach oben um den höheren Hochs. Dann Short. Wir haben sogar hier die Prozente. Zwei Prozent Short Setup rein. Und ist genau eben darunter gekommen. Und sowas nervt mich halt persönlich ein bisschen. Wir machen die Livestreams einerseits, um eure Altcoin-Budger anzugucken. Andererseits, um aber auch irgendwelche Setups zu finden, die ich vielleicht so nicht auf dem Schirm habe und da nochmal genauer angucke. Und da ist halt sowas. Und ich glaube, es waren noch ein, zwei Coins. Ich glaube, ApeCoin war es auch noch, der perfekt eigentlich gelaufen wäre und den wir nicht mitgenommen haben. Also da, wie gesagt, bin ich noch ein bisschen am überlegen, wie wir das zukünftig ein bisschen besser machen. Ich werde auf jeden Fall Stift zetteln. Machen wir es ein bisschen altmodisch. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und ja, nur mal so von meiner Seite aus, damit ihr es auch versteht. Also hier jetzt erst einmal gar kein Short mehr. Da müssen wir jetzt mal abwarten, ob wir hier vielleicht noch ein mögliches Long-Signal hier reinkriegen, wenn wir das Golden Pocket hier mal ziehen von unserem High. Das war dann auch hier unser Ziel, wo wir wahrscheinlich auch angemackert haben. Hier die knapp 0,89,28. Dort liegt das Golden Pocket, da könnte man dann eventuell einen kleinen Long hier unten probieren. Wir hätten dann die Ineffizienz und diesen Vektor hier drüben gefüllt. Und dann eben nochmal versuchen, hier oben ungefähr den Bereich von 0,97 US-Dollar-Cent zu knacken. Das mal ein bisschen im Auge behalten. Und ansonsten können wir uns nochmal kurz Chilis angucken. Auch so ein Coin, den ich die Woche übel gehasst habe. Short Trade, dann wurde ich hier unten ausgestoppt minimal. Ja, und dann ist das Ding nach oben geknallt. Aber auch hier, wir haben die Ineffizienz gebrochen. Wir haben die 1 Stunde Demand hier oben angetestet. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also ich warte auch hier nochmal auf so ein kleines Setup hier nach oben. Einfach um dieses Hoch hier nochmal was mit sehr, sehr viel Volumen abverkauft wurde. Das heißt, hier oben liegen sehr, sehr viele Short Orders. Dass wir uns das nochmal fischen und dann auch nochmal die Reise nach unten hin antreten. Weil, was man auch dazu sagen muss, dieses Hoch hier drüben, dieser WIG, wurde nicht abgeholt. Also hier drüben dieser kleine WIG. Das heißt, wir haben auch kein höheres Hoch, auch nicht mit WIG-Basis oder sowas gebildet. Natürlich ist es wichtig, einfach auf einen 1-Stunden-Chart wirklich mal ein höheres Hoch zu setzen. Wir befinden uns also auch hier weiterhin technisch gesehen in einem deutlichen Downtrend, muss man dazu sagen. Gut, dann war es das, weil sowieso wenig getan hat. Und wie gesagt, später kommt dann noch das Altcoin-Update. Beziehungsweise morgen kommt das Altcoin-Update, später kommt zweiter Teil vom Beginner-Guide-Thema-Mindset. Könnt ihr euch riesig drauf freuen. Ich hoffe, es gefällt euch. Kommt, glaube ich, um 15, 15.30 Uhr irgendwie so um den Dreh online. Gut, und dann zu den News. Bank of Japan testet digitalen Yen. Ja, ich glaube, da laufen noch viel, viel mehr Pilotprojekte, was ich so mitbekommen habe. Nicht nur digitaler Yen. Es gibt, glaube ich, noch mehr Länder, die mittlerweile den ganzen Scheiß hier einführen wollen. Beziehungsweise dies probieren zumindest momentan. Aber gut, schauen wir einfach mal, ob das überhaupt funktioniert. Und in der EU wird ja auch schon darüber gesprochen, ich halte davon einfach nichts. Noch mehr Kontrolle. Ach, nee. Bitcoin, einzig Ware. Gut, das war es von mir. Wie gesagt, später kommt dann noch der zweite Teil des Beginner-Guides. Könnt ihr euch drauf freuen. Gerne dann Feedback dalassen, wie euch das geholfen hat. Nächste Woche schauen wir uns dann am dritten Advent die Strategien an. Welche Strategien vor allem als Beginner, sage ich jetzt mal, gut sind. Beziehungsweise welche auch ich verwende. Und dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Advent. Wir hören uns dann später wieder, wie gesagt, zum Beginner-Guide. Das war es von mir. Schönen zweiten Advent. Kommt gut rein. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.